Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft with Sam mit Minimaro und Anne, hallo! With Sam! Wir sitzen eigentlich nur auf Shazam! So, ich hab mein Büchlein und jetzt male ich einen Kreidekreis und male auch meinen Nexus auf. Heftig! Ja, voll krass Delight Nexus. Das Kreis in die Mitte und dann an die Ecken die Blöcke. Das ist jetzt nämlich meine Kreide. Mal hier auf dem Boden einen Kreis. Hier. Dann müsste ich jetzt hier... Hier. Hier. Ach ja, Eimer wollte ich holen. Ja. Sieht richtig aus? Sehen wir ja gleich. Oh, Maru macht hier krassen magischen Shit. Nein. So. Dann brauche ich noch vier Blöcke DIRT. Ah, okay. Das hab ich falsch gemacht. Ah, das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit ich weg da sein muss. Ich glaube, ich bin so ein zweiter weg. Das wäre ziemlich ungünstig hier in der... Ich will übrigens bloß nichts zum explodieren. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, wo ich die Hinge machen soll. Ich bin da nicht genau... Achso, ich muss glaube ich in die Ecken, oder? Eins... Zwei... Das ist glaube ich nicht symmetrisch. Ah ja, ich muss es in die Ecken machen. Drei... Vier... Fünf... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... So. Ist natürlich jetzt Premium, wenn ich eins zu weit nach links gesetzt hätte. Ich hoffe, dass es jetzt wachsen tut. Oder dieser Phallus davon, von Manus, der wird ja immer größer. Also laut Karte muss das jetzt hier in diesen... So. 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 Using the Compendium. Hm, okay. Ich weiß es nicht. Werde offen für Nexus, das habe ich vorhin zugemacht. Ah, er ist Magica Nexus. Okay. Light Nexus hab. Oculus. Cooler. Oh, ich den falsch. Also das sieht falsch aus. Aber ich weiß es nicht für meine Sicht. Steinglas. Hm. Da. Ja. Dann geht ja... Bis zu dem Holz. Also... Die können auch mit einbauen. Mhm. Problem. Er will ab. Brauche ich nur noch Kohle. Kohle habe ich hier im Ofen. Psst. Mit dem ist es da. Ja. Und da sein. So sieht es auf der Zeichnung aus, außer dass die Ringe nicht richtig sind. Buhne und dann ist dazwischen Platz, ja. Ach, Bricks brauche ich dafür. Ja, Block auf Quarz. Laut der Anzeige, ne? Genau. Wie macht man denn Stone Bricks? Äh, vier Stones nebeneinander. Ah, das hier einfach. Ach. Oh, jetzt ist es nicht in der Nähe vom Nächst. Ach, wie normale Stone? Gebrannte Stone? Gebrannte? Wahrscheinlich, ne? Ich habe irgendwann eine andere Zauber-Arcadre angeschaltet. Weil ich mir nie vom Leiter ist, sonst war. Oh, oh. Experimentiere nicht mit Dingen. Deren Gefahr du nicht kennst. Dem ist... Out, glaub ich, echt. Egal. Was man in der Energie irgendwie ange... äh, also markiert jetzt. Vielleicht stimmt das ja auch. Eigentlich müssen wir den, eigentlich in den Schiefen kriegen müssen wir nicht ein Leitnächstes Bauer. Zwei, drei Blöcke Abstand. Eins, zwei, zwei. Hm? Ups. Muss man hier hinstellen. Hier war nur noch... Ne. Hier geht's nicht. Cool. Jetzt haben wir so'n Ding hier. Los. Oculus. Oculus. Was hab ich hier schon gemacht? Zwei. Was hab ich hier schon gemacht? Okay. Lesen wir weiter. Your first spell. Oculus. Unlock. At least one spell shape and one component. Craft a writable book and head over to your inscription table. Okay. Also bauen wir als nächstes ein inscription table. Higher damage ignition torch. Frost. Kissing. Assortion. Knockback. Flink. Velocity B. OE. Wie schreibt man das? Inscript? Splint storm. Lighting's inscription table. Hier runter gehen. Slow fall. Bambuspapier. Alles klar. Dumm 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 dumm. Ist das jetzt an, wer so leuchtet? Ich denke mal schon. Also ich muss ja eigentlich gleich mal noch gucken, was Maru da treibt. Ja, keine Ahnung, dass nächstes funktioniert. Es sieht nur so aus wie auf der Bezeichnung. Und das war's. Mir weiß ich darüber nicht. So, jetzt muss ich meinen Witchwood finden, wo immer ich das hingepackt habe. Hm, war das nicht so? Witchwood, wo hab ich die hingepackt? Ach, Stick und Paper. Ach so. Ja gut. Sag das doch gleich. Witchwood Planks. Ich hab' nicht viel gemacht, da oben. Witchwood. Oh. No. So. Ja, das hätten wir. Das ist, ich möchte einen Crafting Altar. Von Loks, man hat direkt gesehen. Fackel. Eine Feder. Da. Drei Slaps und zwei Wood. Okay. Das sollte gehen. Sehr gut. Guck mal. Haben wir schon das nächste. Sehr gut. Äh, wo kann ich denn den hin tun, diesen Table? Den kann ich irgendwie nicht setzen. Komisch. Ja, das ist zwei groß. Zwei. Ach, der geht nur so rum. Na gut, dann. Kann ich den auch wieder abbauen? Ja, sehr gut. Ich werd mir dann das noch ordentlich einrichten. Erstmal baue ich das hier hin, damit das halt funktioniert. Nee, so ist das falsch rum. So rum. Ja, perfekt. Okay, lesen wir mal weiter. Ich bin schon sehr stolz auf meine Achievements hier. Your first spellblablabla. In order. Anna hat so viel Erfahrung. Bitte? Ich mach grad so viel Erfahrung. Ja. Ähm, place the book. Also warte, ich brauch ein writable book. Das muss ich mir auch noch craften. Craften. Dafür brauch ich, glaub ich, Ink. Ups. Buch hatte ich doch noch oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12 Treppen. Written book? Ist das ein Written book? Ja, Anna. Ähm. Ist das nicht so ein Quill? Quill? Book. Was kann man denn aus dem Book machen? Ich? Nein. Book. Book and Quill, ne? Ja, aber das sind die, die du in den Lippe reinpacken musst, ja. Feder, Tinte und ein Buch. Alles klar. Geht auch, ähm, schwarze Farbe von dem Baum. Ach so, ja, perfekt. Ich hatte hier doch Bücher. Wo sind denn die hin? Ach da. Bin ich jetzt blind? Ach da. Bin ich jetzt blind? Oh ja. Also wie gesagt, auch Full Space Casting unterstellen anscheinend. So. Davon brauchen wir erstmal nur eins. Hier mach ich mal das rein. Papier. Infoscomedicator erstmalix邊, ne. Hier Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit in dieser Folge. Ne, ist ja gut. Und ich weiß, Meister Maru, ihr seid stolz auf euren Paderwan. Natürlich bin ich das. Eine Feder. Oh, was war das denn? Ein Quill. Ah, Book and Quill. Perfekt. So. Gut, jetzt habe ich mein cooles beschreibbares Buch. Und das tue ich jetzt da drauf, nehme ich mal an. Ist da reinig mit. Wenn du jetzt wieder rausnimmst, wird es beschrieben. Dann müssen wir deine Tower zusammenbasteln. Aha, okay. Dann lese ich erstmal noch weiter, was da steht. Juuu. Place the book in the inscription table and drag the spellparts you want in order. From the top grey section of the bottom right section. Ähm, woher weiß ich, was ich da kombinieren muss? Das, ähm, du kannst halt quasi, muss immer, ähm, warte, 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 warte. Du hast ja quasi da oben jetzt drei Atemverfähigkeiten. Das sind halt diese Viereckigen, das sind die Atemzauberst. Projectile, Touch und Self. Genau. Und du kannst immer einen von diesen ersten dreien kombinieren mit einem von den anderen beiden. Beispiel kannst du ein Spell machen, ähm, Projektil. Ja. Und Dick. Und was ist mit Projektil und Regeneration? Kann ich auch machen? Könntest du zwar auch machen, aber es bringt dir herzlich wenig. Wieso? Du wirst dann gleichzeitig, du könntest jetzt nochmal reinziehen, ne, kannst du eben nicht, okay. Also du kannst immer nur eins machen, also du könntest jetzt noch Self und Regeneration reinziehen. Könntest du quasi mit jedem Zauber zu dich heilen und einmal buddeln? Äh, aber ich will ja nicht dicken. Also, wie kann ich einen Heilzauber zum Beispiel machen? Wenn du dich selber heilen möchtest, Self und den heilen. Und wenn du jemand anderes heilen möchtest, Projektil oder Touch und heilen. Projektil ist Entfernung und Touch ist Nah- oder Nachkampf oder was? Genau, genau. Touch ist Nahkampf, Projektil ist Entfernung und Self-Kampf. Okay, ich möchte auf Entfernung jemanden heilen. Also meine ich Projektil und Regeneration, oder? Das ist halt HP-Reck und du kannst auch direkt heilen. Okay, so. Zwei. Brauche ich noch mehr? Ne, zwei reichen, oder? Projektil und Regeneration? Ja, eigentlich schon. Ja, ich weiß nicht, das habe ich jetzt da unten reingemacht. Und jetzt? Genau, du kannst jetzt das Buch wieder rausnehmen, du kannst noch einen Namen zufügen, dann hast du dann diesen Spell da reingeschrieben. Okay. Aber ich kann ihm jetzt noch einen Namen geben, oder was? Ja, aber ich könnte da ja theoretisch noch mehr reinziehen. Was bringt das? Du kannst zauber kombinieren miteinander, du kannst zum Beispiel einen Zauber machen, der dich selbst heilt und einen Feuerball schießt. Also, kann ich hier auch so Projektil und Self reinmachen? Ne, ne? Ich weiß nicht noch, wie das funktioniert mit Projektil und Self. Müssen wir nochmal nachlesen. Aber du kannst auf jeden Fall irgendwie kombinieren. Was passiert denn, wenn ich das mache? Kann irgendwas schief gehen dabei? Es könnte rot leuchten, dann hast du das Buch halt verloren. Das Schlimmste ist, dass das Buch weg ist. Weil, ich würde halt gern, wenn ich heile, auch mich selber heilen. Weißt du, wie ich mein? Ne, kannst mal probieren, ob es Self und Projektil geht. In der Kombination. Das sind beide gleichzeitig hier jetzt. Und woran sehe ich, ob das Buch rot leuchtet? Das siehst du sehr deutlich. Heilung. Ich bin gefedert worden. All here. Ja, natürlich. Ich gebe dir mal coole Namen hier. Ich habe... Ob ich eine Feder von der? Wenn ich es jetzt nehme, ist es dann beschrieben, nehme ich an. Ja, genau. Okay, all here. Mal gucken, ob das jetzt geht. So, achso, ich meine, ich kann das natürlich jetzt noch nicht ausprobieren, weil... Ich muss ja erst noch diesen Altar bauen dann. So. Aha, aber ihr seht jetzt auch, wie das funktioniert. Hallo, ach, du brauchst Federn, ne? Ich. Warte mal, wie viel brauchst du denn? Ein, äh, erst mal nur ein, ne? So, ich gebe dir mal... ...ein paar. Heil. Danke. Ersticken. Heil. Danke, du bist so gut zu mir, Maru. Ich will dir nur ein bisschen einen harten Schulterklaps geben. Als Dank. Ich bin hier hart am Arbeiten, ne? Und dann kommt er und gibt mir hier so einen Erstickungsanfall. Danke. Erstickt. Ja, ja. Das ist wie Lifting. Achso. Hm. Okay. Ich wollte dir nur helfen. Fast, ey. So, Crafting Altar. Bla, bla. Go to your Crafting Altar and place your book. Das heißt, wir müssen jetzt einen Crafting Altar bauen. Genau. Mal gucken, ob Sleep und Slow Fall kombinierbar ist. Oder ob ich das erste lernen muss. So. Crafting Altar. Das ist ja einfach. Ein Vintium, Vintium, das und ein Stone. Weil damit kann ich nämlich fliegen einigermaßen. Und da muss ich dann noch was drum bauen, oder? Das war's dann ja nicht. Ich muss mir das nochmal bei Maru angucken, wie das denn geht, genau. Das liegt, hat er gesagt. Störung. So. Zack. Störung geht mir da nicht. Es tut mir leid. Jetzt muss ich mir das bei Maru angucken, wie der das gebaut hat. Woher wusstest du denn, wie man das baut? Steht das auch im Buch? Äh, ja. Ja, echt? Das sind Strukturen. Place it on your book. Contain the spell recipe of the lectern. Ich brauche einen Hopper, eine Feder, zwei weiße Runen, 500 Essenz. Setz auf 500. Ach, und das Buch kann ich auch lesen. Da steht schon was hier. Ja. Affinity Breakdown Nature 100% and Life 100%. Was heißt das jetzt? Das Problem ist, ist hier jetzt hier drin. Hm. Ich geh mal bei Maru gucken, wie er das gebaut hat. Meine Batterie. Hast du es im Internet nachgeguckt, wie breit der sein muss, dieser Schrein, oder? Nee, das hab ich in dem Buch nachgeguckt. Hast du zufällig noch Witchwood? Äh, Witchwood? Ja. Eins, zwei... ... ... Mit Akarn Asche. Uh, das sieht ja fancy aus. Das sieht ja krass aus. Das sollte mein Generator sein. Eigentlich lässt es sich ja aufnehmen, vielleicht nicht sicher, ob es funktioniert ist. Deswegen muss ich jetzt kurz nachschauen, weil ich brauche nämlich Essenz, die da drin ist. Drei... Äh, wir haben noch nur eine Minute, dann verpasst du mal einen Graz, den wir gleich aufhören müssen. Muss ich das in der nächsten machen. Hier oben ist das... ist der Crafting Altar drin, ne? Genau. Äh, hast du den aus Stone gemacht oder aus Witchwood? Das ganze Ding... Äh, nee, das ist ein Objekt. Also, der sieht halt so aus, als wäre der aus Witchwood gemacht, dieser Crafting Altar. Achso, nee, der ist ein Objekt, der hat nur ein Rezept dafür. Oder alles, wie du gesagt hast, nur Logs. Aber guck, bei mir ist der so. Wo bist denn du jetzt? Ich muss kurz schnell was bauen. Um die Leute zu nutzen, die drauf sind, wenn wir nicht drauf sind. Meiner Batterie. Okay. Die Zwischensätze. Kannst du noch kurz, bevor die Aufnahme ändert, kurz gucken hier? Guck, bei mir sieht der jetzt so aus. Ist der jetzt auf Stein oder... Oder ändert sie sich dann... Ist egal, ist egal, es gibt nur einen. Achso. Der muss dann nur da oben reingesetzt werden. Der ändert sich entscheidend, wo du dran bist. Achso, okay, cool. Ja. Magic Wall. Kommt die Magic Wall von alleine dann? Nee, die musst du bauen, ist auch ein Objekt. Aha, okay. Der lädt sich nicht auf, er hat noch was falsch gemacht. Scheiße. Okay, das müssen wir aber in der nächsten Folge machen. Denn wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Ja, dann... Wenn wir das Tusehen bis zum nächsten Mal, dann können wir mal einen Tipp geben, warum der next week nicht funktioniert. Bis dann. Genau, sag mal Maru, was da los ist und wieso das nicht funktioniert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.